Die Oma braucht Mama jetzt. Wir halten das schon zu zweit aus. Und in spätestens zwei Wochen ist sie doch wieder hier. Macht ihr keine Sorgen. Hallo. Ich bat die Neue im Irmest im Auge. Danke. Tschüssi. Tschüssi. Großes vietnamesisches Mädchen macht Mutti krempeln. Deine Mutter lässt euch einfach allein, ohne zu wissen, wann sie wiederkommt. Es geht nicht anders. Ich möchte das dürfen, was ihr dürft. Ihr könnt Eis kaufen statt Brot. Ihr könnt jeden Abend Pizza machen. Hey, habt ihr Bock auf Party? Ich hab so einen Preis. Wenn es hier nicht läuft, fliegen wir auf. Was macht ihr denn da? Nichts. Das sieht aber nicht so aus. Ja, wir halten eigentlich. Ihr seid aufgeflogen. Frau Tui, ich bekomme zusehends das Gefühl, dass Sie überfordert sind. Bye bye. Ich werde das Jugendamt einschalten müssen. Was ist denn mit deinem Vater? Wir kennen ihn nicht mal. Aber wir wissen, dass er ein deutscher Mann ist. Wir werden diesen Mann finden. Andere Kinder sind nie online. Ich kann euch nicht helfen. Ich muss jetzt wissen, wo ihr in den letzten Tagen gewesen seid. Wird nichts wieder vorkommen. Ich sage, Händchen. Du bist echt eine eiskalte Lübnerin. Du hast keine Ahnung, wie schrecklich das ist. Au! Hey, wir sind doch eine Bande. Wir geben nicht so schnell auf. Wenn Mama zurück ist, bist du sowas von dran. Du kannst wie gar nichts sagen, du blöde Kuh. Wenn ich erst neu bin, zieh ich aus.